In der roten Ecke vom Barmbeck-Basch, Adil Ghazmi! Hey, Arja! Arja! Handt euch einfach! Muslim-Lehrer-Chef, meine Damen und Herren! So, jetzt machen wir dann nochmal einen Hand für die beiden! Dankeschön! Applaus Ja, aber ein bisschen! Das ist doch ein Jahr! Oh, das ist ja! Hey! 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 Das war's für heute. So, kurze Info, da sich der Kämpfer aus der blauen Ecke vor der Submission an Cage festgehalten hat, wird dieser Kampf fortgesetzt und die Submission zählt nicht. Der blaue Kämpfer hat einen Minuspunkt erhalten und wir machen jetzt weiter mit der ersten Runde. Machen wir mal Erd für die beiden mit. 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 Erd für die beiden mit.